Der Weserwind befindet einen Plus von zwei kleinen Flusschen, der Wärmer und der Fulger. Der kommt aus dem Röhl und die Wärmer und der Fulger. Diese beiden kleinen Flusschen einen sicheren kleinen Flusschen zur Weser befindet. So war es für seine Schüsseleine von der Stärke, 30 Kilometer entfernt. Aus dem Ort des Sachsenlusses steht der Weserkilometer 0 und auf der Bühne der Weser steigt. Der Weser befindet sich zunächst in den Bundesländern, Niedersachsen und Westen, Nordrhein-Westfalen und später noch den Stadtstab nehmen. Der Weser ist für vier Abschnitte eingetreift. An erster Stelle kommt die Oberweser und die Oberflusschen ist nach hinten verläuft. Sie hat den Verlauf noch eingeschleuset und Kamel, das sind 7 Kilometer von hier entfernt. Der Verlauf schluss den Mittelweser an und wird hier auch gefahren. Die Oberflusschen wird hier noch ein bisschen verschleunden. Diese beiden ersten Abschnitte sind sogenannte Risswasserstraßen. An erster Stelle kommt die Oberflusschen, der Oberflusschen und der Oberflusschen. An erster Stelle kommt die Oberflusschen und das Oberflusschen. Die Flüsse verläuft vom Krämerhaven bis zum Grundrück der Weser in die Nordsee am Beuchtturm Alte Weser. Unser letzter Abschnitt ist schon eine richtige Seestraße. Dort dürfen keine Windschiffe mehr fahren und dort ausnahm Gefälle, zum Beispiel zum Beuchtturm des Pfaden. Die Weser ist im Grundrück der Nordsee für einen deutschen Sprung. Sowohl die Quellflüsse, die sind ausschließend durch Deutschland, als auch der Schiff selbst, sind auch die Grundrück in die See und die auf Deutschland und die Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017